Hallo, ich bin Frank Weckesser, IBS Alumni 1986. Ich möchte dich heute auf meinen Workshop Soul Management einladen. Ich habe diesen Workshop konzipiert aus meiner eigenen langjährigen Lebenserfahrung und der Arbeit mit Menschen. Worum geht es bei Soul Management? Soul Management. Es geht darum, dass wir, wie es dir vielleicht bekannt ist, Körper, Geist, Seelewesen sind. Nun, der Körper hat viel Aufmerksamkeit in unserem Leben durch die Achtung unserer Gesundheit, Ernährung und Sport. Der Geist in der Funktion als Verstand hat auch eine riesige Aufmerksamkeit, denn er bestimmt ja unsere gesamte lineare und strukturelle Lebensplanung. So wird es uns in der Schule und auch im Studium beigebracht. Was ist aber mit der Seele? Die Seele ist der Bereich, der die Weisheit unserer Leben beinhaltet. Die Seele ist der Bereich, der es dir ermöglicht, Kontakt zu den Lebenserfahrungen zu bekommen, die du dir am meisten wünschst. Und diese Lebenserfahrungen sind die tiefsten Sehnsüchte, die eigentlich alle Menschen teilen. Liebe, Respekt, Erfolg, Freude, Spaß, Selbstausdruck und natürlich Gesundheit. Diese Aspekte des Lebens können viele Menschen nicht wirklich in ihr Leben ziehen, wenn sie nur den verstandorientierten Zielen ihres Minds folgen. Dazu gibt es jetzt Soul Management. Du lernst an diesem Wochenende erste Tools kennen, wie du deiner Seele und ihren Weisheitsinformationen für dein Leben nahekommen kannst und wie du diese zusammen mit deinem Verstand in deinem Leben manifestieren kannst. Im Prinzip der spannendste und auch wichtigste Prozess, um dein Leben glücklich und in einer schönen Entwicklung zu halten. Ich freue mich sehr, wenn dich diese Einladung inspiriert an dem Wochenende teilzunehmen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei der EBS Academy, bei dem Healthcare-Institut und Professor Tunder und den EBS Alumnies, denen ich ja schon seit meinem Studium angehöre, dass sie dieses Projekt unterstützen und mit mir gemeinsam ins Leben rufen.